So, da mein Aufnaheprogramm mal wieder seine Periode hat, für diejenigen, die wissen, was das ist, denkt mal nach, haben was mit Frauen zu tun, die ihre Tage haben, oh, ja, denn mein, was habe ich mit dem Programm, sag ich mal, mein Aufnaheprogramm, ähm, hat mal wieder nicht gespeichert, auf jeden Fall waren wir soweit, dass wir hier das ganze Dach hochgezogen haben, ähm, und ja, äh, habe ich heute gesagt, ja, wir spielen Minecraft City in 1.6 und 4, wie ihr immer schön hier oben eingeblendet bekommt, welche Minecraft-Version ich gerade spiele, habe ich extra für euch angefertigt, ähm, ja, und ich war dabei, das Teil hier, mit ein paar Katzen natürlich habe ich das gemacht, ähm, war ich dabei, das Dach halt einzufärben, nenne ich es jetzt mal, äh, ich mache immer diese Gs, das ist zum Beispiel einzufärben und dann macht man ja, äh, das in Anführungszeichen wollen, was, da habe ich das gerade in Anführungszeichen gemacht, lasse ich natürlich Tastaturmaus los, das habe ich noch nie mal die Facecam an, da ich gerade zu faul bin, die Webcam, zuwicht, fahr, das nervt mir einfach, wenn du aus Versehen irgendwie schaffst, den Block zu zerstören, ohne dass du die linke Maustaste, ich muss kurz nachdenken, drückst, na, pff, interessiert ja keinen, auf jeden Fall waren wir hier bei, bla bla bla, äh, achso, genau, ich hatte noch gesagt, ja, weil ich da viele Cuts mache, oder macht, habe, ja, der Schlaumeier ganz hinten in der Reihe, ihr habt richtig gemerkt, ich bin kein Gronkh, der alles ankert macht, denn, und ich weiß jetzt auch nicht, ob, ähm, ha, 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 ich bringe den gleichen Witz nochmal, he, 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 äh, ich bin schlau, ähm, achso, hier ist noch ein Block, ähm, auf jeden Fall, ähm, ähm, genau, ging es darum, äh, ob Gronkh in seinen Minecraft Let's Play, äh, Cuts gemacht hat, denn die, die ich gesehen habe, ich weiß es nicht mehr, denn das ist lange her, äh, hatten jedenfalls, glaube ich, kein Cut, allerdings weiß ich es nicht mehr, Digga, so, wir packen hier noch einen schönen Schornstein drauf, ja, weg, 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 damit das sieht scheiße aus, auch, äh, da, ähm, ja, und jetzt noch ein bisschen Deko daran, zwei, zwei, eins, so, ist doch schön aus, was findet ihr, wie sieht das aus, sieht das hässlich aus, oder sieht das schön aus, ich finde, es sieht ein Gemisch aus beiden aus, das geht eigentlich, wenn man von hier unten steht, sieht das nicht gerade scheiße aus, ja, ich fliege mal kurz rum und suche den Eingang, denn, ja, ich habe den mit Karpita-Blox gebaut, vielleicht kann ich auch mal mein Inventar leer, ja, bumf, geh mal in den Karpita-Blox, denn, oh, und, äh, ich brauch mal, ich weiß nicht, welche Wolle halt mehr holen, ähm, so, muss kurz rösten, äh, wirklich, das ist cool, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt hab, ah, dämlicher Licht, Bug, ja, einmal wollte ich hier in die Mitte, ähm, Nuken machen, und ich habe gerade Caps Lock activated, ähm, Bessi, kann man, ja, ach, man kann übereinander stapeln, oder, geht das, nein, das ist, nicht so gut, hm, Scheiße, okay, das hat schon mal nicht geklappt, denn, ich wollte das so machen, aha, komm, gibt mir einen Karpita-Blox, ja, man, ich hasse es, wenn der einfach zu schnell drückt, besonders bei Karpita-Blox, naja, das hat sich dann wohl erledigt mit diesen, mit den, Luken, und ja, im Großen und Ganzen ist das Haus jetzt halbwegs fertig, also von außen, äh, ja, ich leuchte was auf, äh, von außen ist fertig, von innen, naja, aber es geht nur darum, dass wir das Haus von außen fertig haben, und bis dahin könnten wir auch schon im nächsten Part, äh, das nächste Haus nehmen, und das wäre cool, denn, ich habe keinen blassen Plan, keinen blassen Plan, keinen blassen Schimmer, äh, was für ein Haus wir, äh, in der nächsten Folge benutzen werden, was für ein Haus wir, äh, in der nächsten Folge, ähm, bauen sollen, denn ich hake das Haus jetzt erstmal ab, und deswegen hole ich mir erstmal kurz ein Schild, ja, ich spiele Minecraft auf Deutsch, ja, könnt ihr auch rumheulen, aber guckt mal schon frei, will ich auch den englischen, so, äh, kann man das dran platzen, äh, komm schon, jupp, äh, so, warte, hier ist es auch, lol, geil, so, ähm, und zwar, ist das, ja, wir haben das Haus, äh, pff, hauupht, Haus, wenn ihr für einen besseren Namen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Haupthaus nächstes erstmal. So. Daneben kommt, ähm, von welcher Folge? Äh, versteckt eins bis versteckt, ich glaube, zwei, oder? Ich glaube schon. Ähm, ja, Teil zwei von eins, Part zwei hatte ich schon, ne? Das heißt, das ist jetzt in Folge zwei, oder? Auch schon. Ähm, von eins bis zwei schon mal zwei Punkt zwei, ich weiß es jetzt nicht. Ähm, ich werde das später, falls ich mich jetzt gehört habe. Ähm, tut mir leid, werde ich korrigieren, dann. Aber, ich meine, dass ich jetzt so bin. Dass ich fertig bin. Dass ich jetzt fertig bin, ja. Dann weiß man auch, wo der Eingang ist. Endlich. So, äh, sagen, wir bauen das nächstes Haus mal hier hin. Ja. Äh, nächstes Haus hier hin. so. Dann würde ich sagen, war es das auch schon für den zweiten Part von Minecraft. Dann war es das auch schon für den zweiten Part von Minecraft City. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren, nicht vergessen, um nichts zu verpassen. Dann würde ich sagen, tschau. Tschau.